Anke Engelke und Bastian Pastewka sorgten bei Willkommen Österreich für Chaos und Lacher, während Pastewka sich an die ORF-Show Hoppala erinnerte. Anke Engelke und Bastian Pastewka sorgten bei ihrem Auftritt in der ORF-Show Willkommen Österreich für ein unvergessliches Erlebnis voller Chaos und Humor. Das legendäre Comedy-Duo, bekannt für ihre spritzigen Dialoge und Scherze, wurde von den Moderatoren Dirk Stehrmann und Christoph Grissemann prompt in einen inszenierten Streit verwickelt, der die Zuschauer bestens unterhielt. Doch nicht nur das, auch eine lustige Anekdote von Pastewka sorgte für Heiterkeit. Engelke nutzte die Gelegenheit, im ORF-Talk auf die bemerkenswerte Gedächtnisleistung ihres Kollegen hinzuweisen, das finde ich spooky, sagte sie über seine Fähigkeit, sich sogar noch an alte Sketche aus den 90ern zu erinnern. Die Moderatoren interessierten sich daraufhin für Pastewkas Erinnerungen an das österreichische Fernsehen. Der Comedian hatte tatsächlich noch die Kult-Sendung Hoppala mit Peter Rapp im Gedächtnis, die bei ihm bleibenden Eindruck hinterließ. Besonders der Vorspann der Sendung hatte es ihm angetan. Im Vorspann, wenn das Haar von Hoppala die Hose runtergelassen hat, war da ein kleiner Pimmel zu sehen, lachte er und alle Anwesenden stimmten mit ein. Seine Begegnung mit Peter Rapp bei einer Preisverleihung führte zu einem weiteren lustigen Moment, er ist erstaunlicherweise sehr schnell weit ergedurkelt, erzählte der Komiker schmunzelnd. Untertitelung des ZDF für funk, 2017